Es war für mich klar, dass es rot ist. Rot ist der tollste Triathlon, den es hier in Deutschland und Europa gibt. Wenn einmal die Idee geboren ist, in einem Athlet rufen, ist er Feuer und Flamme in der Führung. Also ich mache die ganzen Bums nicht, um Dritter zu werden. Ich will halt rot gewinnen. Es wird sehr, sehr schwer. Der Weg wird super schwer. Es wird sehr, sehr hart. Es wird wahrscheinlich auch sehr viel Enttäuschung geben auf dem Weg dahin. Es wird auch gute Momente geben und man denkt, man ist der König. Komm, genieß den auch mal! Triathlon ist natürlich deswegen so faszinierend, weil es schwierig ist. Es gibt drei im Grunde sich widersprechende Ausdauersportarten. Langstrecken schwimmen, Radfahren und Langstrecken laufen. Rot ist das Ziel 2021, aber auch nur ein Zwischenziel auf dem Weg. Der ehemalige Radprofi beginnt heute ein neues Kapitel mit seiner Premiere auf der Langdistanz hier in Rot. Es geht so um, wenn ich aus dem Weg wünsche. Es geht so um, wenn ich aus dem Weg. Nein.